Moin und herzlich willkommen zu aktuellen Day on Swing Dating und gleichzeitig Rohstoff Tagesausgabe der Formationsdater am Dienstag, dem 30. Dezember 2014 und ich wünsche ein frohes und wunderbares Weihnachtsfest gehabt zu haben. Und bevor wir gleich auf die Chart schauen, ein vielleicht komischer Hinweis in eigener Sache, wenn Sie heute im Video im Hintergrund schreiende, laufende, tobende Kinder hören, das hat alles eine Richtigkeit, das ist nicht bei Ihnen zu Hause, das ist bei mir zu Hause, es ist immer noch Ferienzeit, wir haben Besuch und die Kinder, die laufen hier rauf und runter und toben und das ist auch absolut okay, es ist heute eben kein normaler Homeoffice Tag für mich. Wenn wir auf den DAX schauen und noch eine Sache, bevor wir auf den DAX schauen, Leute, Griechenland ist wieder da und es ist mir eine Sache ganz wichtig, ich möchte keine Wertung in die Sache bringen, weil es mir auch nicht zusteht. Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ich könnte sogar verstehen, wenn ich Grieche wäre, dass mich das ärgern würde, ich finde es ganz lustig, dass die Griechen wieder da sind, aber nicht, weil ich etwas gegen die Griechen habe oder weil ich irgendeine Meinung zu diesem Thema habe, die kann ich mir gar nicht erlauben, weil ich kein Volksökonom bin und ich auch diese ganzen Zusammenhänge überhaupt nicht beurteilen kann. Und ich glaube auch, dass viele Kleinanleger meinen, das selber zu können, ich glaube, dass es viel zu komplex ist, um das alles zu verstehen. Das Einzige, warum ich das lustig finde und ich weiß, dass da die Wirtschaft eines ganzen Landes und auch die Bevölkerung dahinter hängt, ist einfach aus Sicht des aktiven Händlers. Es sind so, bestimmte Themen beschäftigen uns an der Börse immer wieder, das ist so wie Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6, es hört nicht auf. Und auch Griechenland ist wieder da. Der Grund, warum ich Ihnen das erzähle, ist zweierlei. Erstens hatte ich Ihnen gesagt, dass wir zwischen den Feiertagen eigentlich eine ganz gute Chance haben, immer so höher, 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 höher zu gehen, so mit wenig Volumen und so ganz kleinen Bewegungen, so wie das auch zum Beispiel, warten Sie mal beim S&P 500, so, genau so, immer so ein klitschko kleines bisschen nach oben laufen. Das machen die US-Amerikaner, das macht der Dow, das macht nicht der Nasdaq, aber das macht auch der S&P 500, vor allen Dingen macht es nicht der DAX, sondern der kommt sogar ein bisschen zurück. Und das war nämlich so, hier gestern am 29. vorbürstlich plus, weiß ich nicht, 0,5%, ich will nichts falsch zu sagen, aber um und bei, glaube ich, schon hatten wir 0,5%. Und es sah so alles danach aus, gute Preise, gute Besserung, das ging hier, läuft in Richtung 10.000, möglicherweise ein bisschen darüber hinaus. Und dann kam die Nachricht mit Griechenland, mit der Neuwahl und der Markt wurde um 1% ausverkauft. Erstens, in Athen wurde der Markt um 10% ausverkauft. Zweitens, warum wird der Markt eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur so um 1% ausverkauft? Man muss sagen, 1,5%, wenn man die Fördbörse dazu nimmt, weil sehr viele Kleinanleger nicht am Markt sind. Wenn mehr Kleinanleger am Markt gewesen wären, wir hätten eine viel stärkere Bewegung gesehen. Erstens. Zweitens, die Vorgaben aus den USA bleiben immer noch stark, kommt der Markt immer noch zurück. Drittens, zumindest bewerte ich das, im Moment wird das Risiko für die Gesamtwirtschaft in Europa als wenig stark eingeschätzt. Deswegen ist es nicht so, dass der gesamte Markt unter Druck kommt, sondern zum Beispiel in Athen 10% eher lokal begrenzt, regional begrenzt und nicht zum Beispiel auf den DAX. Und, was wir aber auch wissen müssen ist, wir reden ja immer wieder darüber, dass der Markt gerne einen Grund sucht, um sich zum Beispiel hinzuwerfen. Oder, dass der Markt einen Grund sucht, um auszubrechen, wie auch immer. Und jetzt haben wir unser neues Thema wieder, also unser neues altes Thema, Remake Griechenland. Das müssen wir zumindest im Hinterkopf behalten. Wir müssen zumindest wissen, okay, wann sind die Neuwahlen, was passiert mit den Hochrechnungen und so weiter und so fort. Das kann jetzt eine gewisse Unsicherheit für die kommenden Tage und Wochen, ich glaube die Neuwahlen, ich will nichts Falsches sagen, wird erst im Februar stattfinden. Wenn wir uns den DAX im Wochenchart angucken, dann sehen wir folgendes. Wir sehen, der Markt konsolidiert schon geraume Zeit seitwärts. Wir sind in der Nähe des Allzeithochs und damit beschäftigen wir uns schon seit Mai 2014. Und jetzt sind wir wieder hier daran angekommen und man muss sagen, beim ersten Mal sind wir heftig abverkauft worden. Und jetzt ist die Frage, was passiert beim zweiten Mal? Werden wir auch so heftig abverkauft werden oder weniger heftig abverkauft werden? Wir sind aber in der Nähe des Widerstandes. Schaffen wir, das hatte ich Ihnen auch vor den Ferien gesagt, per Wochenschlusskurs die 11.000 aus dem Weg, sagen Sie bitte die 10.100 aus dem Weg zu nehmen, dann haben wir das Potenzial in Richtung dieser trendbegrenzenden Linie 10.600 zu laufen. Oberseite. Kommen wir zurück, dann fällt mir folgendes auf. Wenn ich hier das Ding zurücknehme, dann sehe ich hier eine Unterstützung mit der Trendlinie und den gleitenden Durchschnitten und dann sehe ich hier die nächste Unterstützung. Das heißt, man kann sagen, wir haben hier zwei Unterstützungszonen. Jetzt habe ich diese nicht ganz richtig eingezeichnet. Hier fallen eine Linie 20.50, 9.5 und wenn er nochmal drunter geht, hier um die 9.2. Diese Linie, diese Linie, eine horizontale Linie, die ist dann im Bereich von 9.000, okay. Zwei Zonen von sehr, sehr großer Unterstützung. Kommt der Markt zurück? Weiß ich nicht. Geht er da oben durch? Weiß ich nicht. Muss ich nicht wissen. Ich muss nur eins wissen. Das, was wir hier haben, ist eine bullische Seitwärtskonsolidierung. Im Moment K und D-Linie umeinander geschlungen. Oberhalb der 80er Marke ist ein bullisches Zeichen. Bedeutet nicht, wenn ich Ihnen sage, der Wochenstart hat ein bullisches Zeichen, dass ich jetzt bullisch sein muss. Besonders nur eins. Bär will ich hier ganz sicher nicht sein. Und, das heißt, auf mehrere Tage Basis, auf Wochenbasis. Nicht Intraday Bereich. Da reden wir jetzt gerade über Swing und Positionstrading. So, wenn der hier an die Unterstützung kommt, 9.5. Erste wichtige Zone, zweite Zone, alles auf Wochenstartbasis zwischen 9.2 und 9.100. Okay, jetzt haben wir die Großwetterlage. Jetzt gucken wir uns das mal im Tageschart an. Im Tageschart, was der Markt hier macht, ist eine Seitwärtskonsolidierung. Der macht hier, der hat hier eine erste Impulsbewegung gehabt. Man muss vielleicht hier hinsetzen, der hat hier eine erste Impulsbewegung und da wird das Ganze konsolidiert. Die Frage ist, schaffen wir diese Seitwärtskonsolidierung bullisch aufzulösen und zumindest ein ähnliches hochzumachen. Vielleicht ein kleines bisschen tieferes hochzumachen oder war es das schon? So seitwärts, seitwärts, seitwärts und dann fällt es hier die Klippen runter. Ja, weil es nämlich diese potenzielle Seitwärtskonsolidierung, die mehr bullisch ist, nicht bullisch auflösen kann, sondern bärisch auflösen kann. Alles, was man dazu wissen muss, ist, dass wir A nach unten hier unsere Linie noch ein bisschen anpassen müssen. Und dann müssen wir sagen, schafft es nämlich der Markt diesen horizontalen Widerstand, über die Stunde ist es auch die 9.930. bullisch aufzulösen, zeige ich Ihnen ganz kurz hier, schaffen wir es hier, diesen Widerstand 9.930 per Stunden Schlusskurs bullisch aufzulösen, dann sind die Ziele 10.000 und offene Kurslücke 10.000, 10 Punkte. Wenn er das auch noch aus dem Weg nimmt, dann ist das für mich jetzt nicht, was ich sagen würde, oh ja Mensch, toll, jetzt sind wir über die 10.000, 10 Punkte jetzt nochmal rein, sondern das wäre dann so für mich, okay, wenn er durchgeht, lassen wir die Position weiterlaufen, weil dann kann er nämlich auch in Richtung des Allzeithochs in Richtung 10.100 Punkten laufen, was darüber hinaus passiert, hatten wir gerade miteinander besprochen. Kann er hier diese Unterstützung im Bereich von 9.750 nicht halten, dann sind die Ziele auf der Unterseite im Bereich von 9.660 und die offene Kurslücke, die wäre dann als nächste Zone, die 9.580, 9.550, die große Unterstützung mit der 200-Tage-Linie und das ist das Schöne da dran, hoppalala, hier sieht man es so schön, 200-Tage-Linie wird mit Zakatumski-Berisch aufgelösen, der Markt kommt wieder zurück, um die 200-Tage-Linie wird meistens gekämpft. Es gibt so unsaubere Zonen, wo der dann erobert wird und dann wieder zurückfällt, das ist so ganz typisch, es wird gekämpft und dann kommt der Markt wieder zurück, das heißt, es ist eine Zone der Unterstützung, um die 200-Tage-Linie. Kurzfristig gesprochen, Seitwärtskonsolidierung wichtig, entscheidend, Bullish aufgelöst, entsprechende Ziele, Bärisch aufgelöst, entsprechende Ziele. Viel mehr gibt es hier gerade nicht zu sagen. Bei Gold hatte ich Ihnen gesagt, man verpasst hier überhaupt nichts, wenn man hier erstmal nichts macht und das ist auch nach wie vor so. Das ist auch nach wie vor so. Wir haben auch nach wie vor eine potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einem Fragezeichen. Wir wissen erst, dass es eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ist, wenn der Markt hier oben hinkommt, wenn er hier einen Tiefpunkt ausbildet und wir wissen, dass es eine bestätigte Schulter-Kopf-Schulter-Formation ist, wenn er nämlich durch die Nackenlinie geht. Wenn der durch die Nackenlinie geht, tue ich mich persönlich schwer, hier dadurch zu traden, weil ich dann nämlich hier in diese horizontale Zone, hier, hier, hier rein traden würde und in die fallende Zollertagelinie. Würde ich nicht traden. Und was meinen Sie, wieso die Reaktion der Leute ausfällt, wenn ich das hier nicht Bullish kaufe und der Markt geht dann in einem Richtung 1300? Dann kriege ich wieder E-Mails, in denen drin steht, ich kann mein Geld auch auf ein Sparbuch anlegen, da habe ich mehr davon, als wenn ich deine Videos schaue. Und da kann ich nur sagen, wir sind keine Anlageberater. Wir besprechen mit Ihnen diese Konstellation im Chart aus edukativer Sicht und was Sie mit Ihrem Geld machen, müssen Sie selbst beurteilen, müssen Sie selbst wissen. Zurück zum charttechnischen Thema. Also, bedeutet alles, was der hier macht, ist aus Sicht eines Swing-Taters nicht so interessant. Wenn der hier sofort durchgeht, schwierig ist es durch den Widerstand zu traden. Meistens ist es aber so, falls das eine inverse SKS ist und falls der die Nackenlinie bricht, kommt er nochmal zurück an die Nackenlinie und sagt nochmal guten Tag. Und wenn wir das mit Volumen gemacht haben, Kraft gesammelt haben, einmal schon mal den Gegner geschwächt haben und dann zurückgekommen sind, bessere Chancen-Risiko-Verhältnis haben, dann würde mich das eher interessieren, dass man das sogar möglicherweise unterhalb der 200-Tage-Linie tradet. Ansonsten wäre ich zurückhaltend auf der Unterseite, wäre ich insofern vorsichtig, als dass hier sehr viel Volumen reingekommen ist. Das war so im Bereich der 1140 und ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, ich tue mich gerade schwer Ihnen zu sagen, ab wann man denn jetzt hier tatsächlich etwas auf der bärischen Seite traden kann, weil ich hier keine so richtige Formation sehe mit wenig Volumen, was hier so gerade vor sich geht. Und falls der Markt die Tiefs, die wir hier vor Weihnachten gemacht haben, im Bereich von 1170 nicht halten kann, dann haben wir Potenzial in etwa 20, 30 Dollar auf der Unterseite zu machen in Richtung 1150, 1140. Wenn sie nicht hält, dann Jahrestief 1128, dann ist auch diese potenzielle inverse SKS, die wir sehen, definitiv nicht mehr gegeben. Wenn wir uns Silber anschauen, Formation ist mehr bärisch. Ist der Ausverkauf, das ist eine Dreieckskonsolidierung, ist mehr bärisch. Ist unterhalb der 20- und 50-Tage-Linie, ist mehr bärisch. Konsolidiert seitwärts nach diesem Ausverkauf, ist mehr bärisch. Momentum unterstützt es nicht, ist mehr bärisch. Was nicht passt, ist die Woche hat eine Kaufformation in der Stochastik, passt nicht zum bärischen Bild und dieser Schatten hatte verdammt viel Unterstützung. Entscheidend ist, schafft es der Markt, diese trendbegrenzende Linie und diese horizontale Zone aus dem Weg zu räumen, hier ungefähr über die 17 Dollar zu gehen. Bei 17,12 ist die 20-Wochen-Linie und weiter feilen. Das wird dann wohl wahrscheinlich nächste Woche im Bereich der 17 Dollar sein. Also wenn wir diese Zone aus dem Weg räumen, dann hat der Markt Potenzial in Richtung 17,60, 17,80 und 18 Dollar zu laufen. Wenn wir das hier bärisch aufgeben sollten, insbesondere die Unterstützung horizontal, auch das Tief, was wir so vor Weihnachten gemacht haben, im Bereich der, lassen Sie mich das gucken, 15,50. Wenn ihr nicht hält, dann runde Marken, 15 Dollar, 14,50. Sie denken daran bitte, dass ein solcher Schatten, der innerhalb kürzester Zeit in wenigen Minuten gebildet wird, zumindest der Ausverkauf, so etwas neigt sich der Markt wieder zurückzuholen. Genauso wie warten Sie in dem Zusammenhang, jetzt mache ich nochmal einen Hüpfer. Ich versuche Ihnen ja immer wieder sowas zu zeigen. Gucken Sie sich mal diesen langen Schatten an, der war im ETF des S&P 500, größte ETF. Kleiner Peak in den letzten Minuten des Handels, 2, 3, 4, 5 Minuten, will ich Ihnen nicht genau sagen. Macht einmal einen Peak, kommt wieder zurück. Es ist durchaus möglich, dass der Markt nochmal das hier haben will. Das sind dann nochmal so 3%, bevor er dann zum Beispiel etwas auf der bärischen Seite machen möchte. Also beobachten wir aus edukativer Sicht, ob das hier mit diesem Peak nach oben abgeholt wird. Und wir beobachten das auch, ob dieses panikartige Low hier noch abgeholt werden möchte. Wenn, wie gesagt, diese Unterstützung um die 15,50 nicht hält, dann hat der Markt Potenzial in diese Richtung zu laufen. Das nächste Video gibt es von uns dann wieder am, ich meine, 5. Januar 2015. Wir haben dann morgen Silvester, da gibt es dann für kürzten Handel, da machen wir ganz sicher keine Ausgabe. Es wird auch ganz leichtes Volumen sein. Und dann wird am Freitag gehandelt werden. Ich nehme an, auch dort wird das Volumen nicht besonders stark sein. Und dann am Montag ist der ganz normale, reguläre Handelstag. Da sind wir wieder da mit den Sektionen, wie Sie es kennen. Da wird es eine Veränderung geben ab dem nächsten Jahr. Das erkläre ich Ihnen dann aber alles, wenn es soweit ist. So lange wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch. Kommen Sie gut rüber. Und wir sprechen uns dann im neuen Jahr. Mein Name ist Hamid Asnashari. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie hoffentlich alle, alle, alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns im Formationskleder dann doch bitte gewogen.